hallo liebe wanderfreunde freut uns wieder die reingescheine frage sara und ist heute unterwegs auf den bärenbaden diese tour hat etwa 8,4 kilometer und wenn ihr wissen wollt wie diese wanderung so ist kommt mit einen wunderschönen guten morgen aus uchtefang guten morgen Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Oh, 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 oh. Musik Noch etwa 1,5 Kilometer, dann sind wir auch schon wieder am Ziel. Die Tour hat uns jetzt nicht so gut gefallen. Vor allem das Teilstück durch die Ortschaft Ostweiler. Den hätte man sich sparen können. Wären jetzt nicht die schönen Aussichten, dann wäre dieser Weg überhaupt nichts gewesen. Zumindest unsere Meinung. Ob wir den Weg empfehlen? Eher nicht. Man kann ihn gehen, man muss ihn aber nicht. Wenn euch diese Wanderung trotzdem gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch sowie über Kommentare sehr freuen. Schreibt doch mal unter die Kommentare, wie ihr den Weg so gefunden habt. Also, bis dann. Tschau, tschau. Alle machen's gut. Tschö und bis nächste Woche. Bis zum nächsten Mal. Noch etwa 1,5 Kilometer, da sind wir auch schon noch etwa 1,5 Zentimeter. Noch etwa 1,5 Kilometer, dann sind wir auch schon wieder am Ziel. Die Tour hat uns jetzt nicht so gut gefallen. Vor allem der Teilabschnitt durch den Ort Wustweiler. Das war überhaupt nichts, den hätte man weg, aber blablablablablabla.